Was ich faszinierend fand, war auch, zuerst dachte ich, ich bin die Einzige in meinem gesamten Bekanntenkreis und Freundeskreis, der diese Serie guckt. Das ist ja was anderes als Tatort. Tatort, da hat jeder Sonntagsabends, da konnte man mit Kollegen oder sonst wem drüber sprechen. Hast du geguckt? Ja. Und was fandst du gut, schlecht und so weiter. Bei der Lindenstraße war das weniger der Fall. Warum? Die Leute haben sich selten direkt geoutet. Ich muss jeden Sonntagabend Lindenstraße gucken. Und dann kam so peu a peu und meistens per Zufall raus, ach, die auch oder der auch. Das fand ich wirklich faszinierend, dass man doch sah, auch durch den gesamten Bevölkerungsdurchschnitt, überall tauchten welche auf, die eben auch Lindenstraße geguckt haben. Das fand ich eigentlich sehr interessant.